Textbuch Ein Kurs in Wundern Kapitel 31 Die letzte Schau Nummer 7 Die Schau des Erlösers Teil 2 Absatz 9 Seite 667 bis 669 Der Schleier vor dem Antlitz Christi Die Angst vor Gott und der Erlösung Und die Liebe zu Schuld und Tod Sie alle sind nur anderen Namen Für nur einen Irrtum Dass es einen Raum zwischen dir und deinem Bruder gebe Der durch eine Illusion deiner selbst getrennt gehalten wird Die ihn genauso von dir fernhält Wie dich von ihm Das Schwert des Urteils ist die Waffe Die du der Illusion deiner selbst gibst Damit sie darum kämpfe Den Raum, der deinen Bruder fernhält Von der Liebe unbesetzt zu halten Solange du aber dieses Schwert hältst Musst du den Körper als dich selbst wahrnehmen Denn du bist an die Trennung gefesselt Von der Sichtweise dessen Der den Spiegel einer anderen Ansicht dessen hält Was er ist und was du deshalb sein musst Was sonst ist die Versuchung als der Wunsch In der Hölle und im Elend zu verbleiben Und was könnte dies erstehen lassen als ein Bild von dir Das Elend sein und in der Hölle und in Pein verbleiben kann Wer gelernt hat, seinem Bruder nicht als dieses anzusehen Der hat sich selbst erlöst Und somit ist er ein Erlöser für die Übrigen Jedem hat Gott alle anvertraut Weil ein Teilerlöser jemand wäre, der nur zum Teil erlöst ist Die Heiligen, die Gott dir zu erlösen gab Sind einfach alle, denen du begegnest Oder die du ansiehst, ohne zu wissen, wer sie sind All jene, die du einen Augenblick lang sahst Und dann vergaßest Und die, die du vor langer Zeit gekannt hast Und die, die du noch treffen wirst Die Unerinnerten und die noch Ungeborenen Denn Gott hat dir seinen Sohn gegeben Um ihn zu erlösen aus jeglichem Konzept Das er jemals hegte Wie könntest du jedoch, solange du in der Hölle bleiben willst Der Erlöser des Gottessohnes sein Wie würdest du denn seine Heiligkeit erkennen Solange du ihn getrennt von deiner siehst Denn Heiligkeit wird mit heiligen Augen gesehen Die auf die Unschuld im Inneren schauen Und so erwarten, sie überall zu sehen So rufen sie sie denn in jedermann hervor Auf den sie schauen Auf dass er das sein möge Was sie von ihm erwarten Das ist das Erlösers Schau Dass er seine Unschuld in allen sehe Auf die er schaut Und seine eigene Erlösung überall erblicken möge Er hält kein Konzept seiner selbst Zwischen seinen ruhigen und offenen Augen Und das, was er sieht Er bringt das Licht zu dem, worauf er schaut Damit er es so sehen möge Wie es wirklich ist Welche Form auch immer die Versuchung anzunehmen scheint Sie spiegelt immer lediglich den Wunsch Ein Selbst zu sein, das du nicht bist Und ein Konzept entsteht aus diesem Wunsch Und lehrt dich, dass du das Ding bist Welches du zu sein wünschst Es wird so lange dein Konzept deiner selbst bleiben Bis der Wunsch, der es erzeugt hat Dir nicht mehr lieb und teuer ist Solange er dir aber lieb und teuer ist Solange wirst du deinem Bruder Nach dem Ebenbild des Selbst erblicken Dessen Bild der Wunsch von dir gezeugt hat Denn Sehen kann nur einen Wunsch darstellen Weil es keine Macht hat Zu erschaffen Es kann jedoch mit Liebe schauen Oder Hass Was nur von der simplen Wahl abhängt Ob du dich mit dem, was du siehst, verbinden Oder dich gesondert und getrennt halten möchtest Die Schau des Erlösers Blickt mit solcher Unschuld auf das Was dein Bruder ist Wie sie auch frei von jedem Urteil über dich selber ist Sie sieht keine Vergangenheit in überhaupt jemandem Also dient sie einem gänzlich offenen Geist Der unumwölkt von alten Konzepten Und bereit ist, nur auf das zu schauen, was die Gegenwart birgt Sie kann nicht urteilen Weil sie nicht erkennt Und indem sie dies begreift Fragt sie lediglich Was ist die Bedeutung dessen, was ich erblicke? Dann wird die Antwort gegeben Und die Tür wird aufgehalten Damit das Antlitz Christi auf den leuchte Der in Unschuld darum bittet Dass er über den Schleier alter Ideen Und Konzepte hinausschauen möge Die so lange und so innig Gegen Christischau in dir gehalten wurden Sei also wachsam gegenüber der Versuchung Indem du dich erinnerst Dass sie nur ein wahnsinniger und bedeutungsloser Wunsch ist Dich zu einem Ding zu machen, was du nicht bist Und denke auch darüber nach, was du stattdessen wärst Es ist ein Ding des Wahnsinns Des Schmerzes und des Todes Ein Ding des Verrats Und der finsteren Verzweiflung Scheiternder Träume Und keinerlei verbleibender Hoffnung Außer der Zu sterben Und den Angstraum zu beenden Das ist Versuchung Nichts als das Kann es denn schwer sein Sich dagegen zu entscheiden? Erwäge, was Versuchung ist Und sieh die wirklichen Alternativen Zwischen denen du die Wahl triffst Es gibt nur zwei Lass dich von dem nicht täuschen Was wie viele Möglichkeiten erscheint Es gibt Hölle oder Himmel Und von diesen beiden wählst du eines nur Lass das Licht der Welt Das dir gegeben ist Nicht vor der Welt versteckt sein Sie braucht das Licht Denn sie ist für wahr dunkel Und Menschen verzweifeln Weil des Erlösers Schau Ihnen vorenthalten wird Und das, was sie sehen, der Tod ist Ihr Erlöser steht da Nicht erkennend und unerkannt Und schaut sie an mit Augen Die ungeöffnet sind Und sie können nicht sehen Ehe er nicht sehenden Auges auf sie schaut Und ihnen die Vergebung schenkt Mit seiner eigenen Kannst du, zu dem Gott sagt Befreie meinen Sohn Versucht sein, wegzuhören Wenn du lernst Dass du es bist Für den er um Befreiung bittet Und was sonst Als dieses Möchte dieser Kurs denn lehren Und was sonst Als dieses Gibt es für dich zu lernen Dann